ich bin so abgenervt hallo und herzlich willkommen zurück mir fehlt die konzentration auch und ich muss gleich noch vorsorg aufnehmen mit gesichtskamera die musik hier ist überhaupt nicht nervig hoffentlich sind im nächsten dorf keine schwergewichte alter die schwergewichte machen richtig zu schaffen die sind richtig pedo richtig kacke ich verpiss mich in den wald ich glaube das war doch noch ein bisschen weiter als ich gedacht habe ich laufe durch den wald und habe nichts zu tun tempel aber ich will nichts sag mal ich werde hier echt aggro griller ich tapir lauf ein schlafschütze und überall diese scheiß drauf ginge kann ich den alarm von hier ausschalten geht das und die dass dass wir das ich immer Super! Da war doch noch einer, oder? Das ist noch einer, oder? Das ist noch einer, oder? Das ist noch einer. Der hat eine Panzerfaust gehabt, alter. Hohohoho! Boah, alter. Meine Fresse, Speicherkarte. Ich glaube, ich brauche echt noch mehr Munition. Speicherkarte 3 von 20. Getaminformel. Kenne ich nicht. Diese Daten wurden von einer pharmazeutischen Firma aus Neu-Delhi gestohlen. Die Schwarzmarktproduzieren beschrieben wird die Herstellung der Klugdroge Special K. Okay. Einige Varianten davon, darunter auch illegale Medikamente. Es gibt einige Nebenwirkungen, zum Beispiel Darmbluten. Aber das sollte uns nicht behindern. Das Zeug auf den Markt zu werfen. Absätze sind unter anderem China und Australien. Gut, gut. So, ich gammel jetzt nochmal darüber und ich versuche das nochmal. Diesmal versuche ich von hinten dran zu kommen. Die Alarme auszumachen. Die Alarme auszumachen. Und dann diese Schwergewichte da, alter. Äh, die gehen. Ne, die gehen nicht. So, von hinten dran fahren. Von hinten. Das ist eigentlich jetzt der. Ich fahre genau drauf zu. Genios Hashtag leckt mich am Arsch Nehmen wir doch die Abkürzung War geplant Ich habe ja hier noch ein paar Fähigkeitspunkte Wie viel habe ich denn? Kann ich jetzt bitte, bitte Ja Jawohl Den Rest spare ich mir noch auf Ein paar Spritzen tue ich mir noch Fertig So Herstellung Medizin Herstellen 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 So Ein paar Spritzen Panzerung wäre auch nicht schlecht um echt zu sein Aber gut So dann gehen wir von hinten jetzt ran Das ist der Flammenwerfer Mann Ich verschwinde schon die ganze Muni bevor ich überhaupt da bin Das gibt es nicht Da vorne rennen schon wieder welche rum Ich benutze mal den Bogen Mit dem kann ich sowieso nicht viel ausrichten Und einfach leise vorbeischleichen Komme ich da mal weit hier zu einer Nebenstraße oder sowas Das erinnert mich hier gerade irgendwie an Crisis Das Bild Bin ich auch an so einem Weg lang gelaufen Hier rechts Durch so Gebüsch Gleich geschafft Entschuldigung wenn ich nicht viel rede Aber ich habe mich so abgenervt Ekelhaft Gleich nochmal aufnehmen Das ist ein harter Tag heute Das blöde ist Viel aufnehmen hintereinander Ey Das geht einfach nicht Die Stimme die wird einfach Du hast einfach überhaupt keinen Bock mehr Zu spielen ja Aber zu Kommentieren Das Zwei Bis vier Stunden lang Ne Ach komm Da sagst du dir dann auch irgendwann Äh Schgerente So da ist es Vertrautes Heim Da haben wir beide Drei Damit Mal Da Sieht sauber aus. So, wo ist Micky, Micky, Fett, Fett? So, wo ist Micky, Fett? So, wo bist du? So, wo ist Micky, Fett? So, wo ist Micky? So, wo bist du? So, wo ist Micky? So, wo ist Micky, Fett? Genau, komm ruhig vorgelaufen. Du kannst nicht fliehen! So kommst du mir nicht nach vorne. Spass! Jawoll! Jawoll! Bitch! Boah! Boah! Puh! Ne! Besser nicht! Meine Fresse, ey! Puh! So! Boah, Alter! Endlich gesichert! Und jetzt geht's da hin! Da hinten haben wir ein Auto! Passt ja hier auf, Alter! Passt ja auf! Das mach ich hier nicht noch einmal! Hm? Meine Fresse, ey! Unglaublich! Gut! Ah, ich bin grad so glücklich! Wir sehen uns dann mal in der nächsten Folge! Eine mach ich noch! Ich mach die Mission hier noch zu Ende! Und dann... Ja, mach ich eine Aufnahme! Pause! Super! Ich bin so froh grad!